Falls du es nicht mitbekommen hast, wir sind gerade da in der Pokémon-Liga Party zu machen. Und ja. Also soweit ich mitbekommen habe, gibt es jetzt zwei Teile von der Pokémon-Liga. Den ersten habe ich schon durch jetzt und der zweiten... Oder die zweite fängt dann irgendwie morgen oder so. Der Typ hat eine abgefallene Sonnenbrille auf, wenn ich... Okay, ja genau, Sonnenbrille. Oh, wir sind schon zwei, aber... Der ist schon mal nicht. Ich hoffe, der ist irgendwo hier, aber... Kann auch da hier sein. Oh, der ist eine gelbe, ne. Ich glaube, der eine hat eine schwarze. Hm, mal schauen. Wo kann der sein? Wahrscheinlich in so einem Hotel, oder? Vielleicht. Ich check erstmal alles so aus und ab. Aber der hier... Oh, da ist es. Okay, nice. Hey, Swag. Der Typ, der ist super verdächtig, aber er will mir einfach nicht sein Gesicht zeigen. Okay, das ist der save, nice. Ja, save it then. Ja, ist also klar, so kämpfen. So klar. Okay, meint sie. Let's go. Und du hörst. Der Typ ist, der Typ ist so OP, Leute. Das ist also ernsthaft. Bei dreimal Schwer-Tanz, das maximale Angriff. Boah, you watch it all. von weizen geist du bist so stark was aber was geht ist willkommen sein maus ist nicht so besonders stark das hat er noch vielleicht so ein tag für mich cooler mal schauen auch dieses davon ich weiß nicht damit macht den stahl mal schauen normal ist normal effektiv gewesen das macht wahrscheinlich weniger hat das hat um auch kommen okay das ist sogar fein gewesen okay baby go sollten wir den schlüsse kriegen außerdem macht so eine exaktion jetzt eine ebenso aktion mal schauen das ist jetzt was jetzt ich verstecke mich einfach dann kommt niemand von den schlüssel erinnerung weg schon wieder auch mehr ich hoffe da bleibt wenigsten hier draußen oder so ich werde trotzdem hier alle noch mal abfragen das ist ja eigentlich schon wieder auch kommen wird er wird so schnell seine erfüllung gehielt junge geben ist oh mein brah gibt es keinen sinn zum montag zu sagen wieso wieso muss er das turnier absagen das ist die gar region da ist sie 1000 jahre energie aufrechterhalten lichter glanzes das ist das wo ein trailer hallo und zweck ich habe soeben die nacht eingeleitet was in die nacht ich werde nicht so weit kommen wenn du bloß auf mich hat ist das war auch der scheinung von kloster eben getan oder sind die beiden aber so sieht das schwert bekommen ich meine schild das haus da sind sie das müssen das schwert oder das schwert und das schild zu brauchen das schwert und das schild dinge ist also war jetzt speichern und jetzt ist es ernst oh mein gott da ist es holy shit das aussieht ist schon geil da schon dina max dies wenn wir los erscheint die hieß das kate let's go 60 70 60 ok das müssen wir ihn finischen oder ja das war dann BAM! Sehr gut. Können wir ihn jetzt fangen? Bitte. What? Hä? Was passiert? Was passiert, Leute? Oh, die Fenster der Nacht. There we go again. What the hell? Ach, der ist jetzt... Oha! Der hat noch eine andere Form jetzt schon mal. Stimmt. Oh mein Gott. Und wieder los. Schon wieder. Jesus. Jesus. Kommt zu mir, Leute. So, jetzt geht's wieder. Mal kurz, stopp. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dozenser, let's go. Let's go, Leute! God damn. Gönnt. Gönnt ihn. Junge. Nice, man. Jetzt sind die da. Mit Schild und Schwert. Come on. Nice, man. Oh shit. Irgendjemand ist ein Anime. So legit. Ist das ein Film? Ich hab jetzt mit uns. Zu viert. Let's go, man. Let's go. Servus, Fabi. Hi, wir haben's. Oh mein Gott, Junge. So strong. Schnapp die Ender los. Ernsthaft? Oh mein Gott. Fang'n. Die Leute, okay. Wir können's jetzt mit'n. Fang'n Überball. Let's go. Come on. Der muss reingehen jetzt. Bam. Hehehe. Der ist so fucking strong. One. Two. Oh mein Gott. Three! No way. Oh shit. Daeser. GG. Nice, man. Let's go. Und was jetzt mit, äh... Samantia und Samant... Dings da? Gönnt euch. Nice. Getschi, Leute. Ich bin echt Challenger. Das ist ja, oder? 3500. Gönn Able. Gönn Able. Können wir schon mal gönnen. Nice, man. Wir haben's, Leute. Wir haben's underschmeißt eine KP weg. GG. Was hast du denn... Ich bin echt schon ... No way. Götchen. Ja, ich bin echt mit dir. Ich hab's getrunken. Pokémon-Schwert. Das war das Direktor Shigeru Omaru. Jetzt kommen die Japans James Turner. Nice, man. Das ist es, Leute. Das ist es. Oh! Geht's weiter?